Anbei ist ein Brandnerkipper zu verkaufen, drei Seiten, wurde neu aufbereitet, technisch und optisch einwandfrei, auch zum Unterklappen der Bordwände, Heckausladung, und der Fahrschutz, hinten auch hydraulisch, zum Durchkippen, vernünftige Verschlüsse, so wäre es so gut, hier noch das Typenschild, Bau 1982, hier zum Umschalten für die Heckausladung, Druckluft-Einleiter-System, natürlich auch ein Absperrhand, zum Abhängen, der wird ordentlich, wenn er aufgekippt ist. Auch ein Blick auf die Brücke, keine groben Dellen oder dergleichen, alles in Ordnung.